Hör zu, du und Daniela müssen sofort mit Lea zur Polizei fahren. Was? Langsam machst du mir echt Angst. Du bist jetzt völlig verrückt geworden. Nein, ich tue überhaupt nichts, solange du mir nicht sagst, was los ist. Ich bin jetzt in die obere Geschoss. Verstanden. Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie Eisdell? Ramses, ist das nicht ein hübscher Name? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Bis zum nächsten Mal.